Schnellreisepunkte sind gern gesehen. Diese Richtung, ne? Ja. Ist das oben? Und es gab auch noch eine Hängebrücke irgendwo, ne? Irgendwo? Irgendwo? Da oben. Oh ja, klar. Wie komme ich da hoch? Da komme ich da rüber. Oh no. Okay, fuck. Wo? Ah, hier bist du mein Kumpel. Oh, du Mann, kloppen. Vielleicht gibt es dir eine Dose. Und ein Kaloppelholz. Oh. Ne. Immer zu zweit auf eines, Bumpe. Meine Mobilität ist aufgrund eines Vorfalls eingeschränkt. Ich bitte höflich drohen. Wer war das? Demo, go, go. Demo, go, go. Da hinten lang. Jo. Äh. Da ist ne Hütte. Da ist ne Kiste. Yes. Na klar, da ist so einer der Herkirchen, wenn du. Darf ich jetzt? Vielen Dank. Oh, ja 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 ja. Oh, hier sind zwei General Grievens. ist ein ja und ja 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 und wieder einer mit dem geschütz in der hand nicht los zehn stück das ist schon Oh, yeah. Geil, der hat er gegeben. Sehe ich doch um die Kiste. Da hinten müssen wir hin. In Kombination sind die echt uns miserabel kacke. Jeder Einzelne für sich geht. Oh, weh. Einer hat mich in der Reise. Nein, der andere bollert. Dann ist es vorbei. Geil, der. Na, was sagst du jetzt? Die will ja nicht so, hm? So. Lauf du. Gut, hau zu. Okay, schön. Kommt der andere jetzt nicht vorbei. Höse Fahrrad und Knobbeer. Ja, war ja klar. Seid sechene Schweine. Und der nächste, ich glaube ich. Wird verrückt. Haben wir es jetzt schon langsam? So. Nehme ich noch einer. Den hauen wir auch gleich weg. Weil was weg ist, ist weg. Das ergibt ja schaulig Sinn. Ach, wer ist die Kiste? Das ergibt sich. Nehme ich auch gleich. Kann ich da was machen? Ja. Es geht. Und jetzt. Was ist das hier? Es war ja eigentlich... ... ziemlich schwer gemacht. Was ist das hier? Was ist das hier? Ist hier alles in Grund? Au. Sprengen möchte in den Schoß. 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 wollen aber wir sagen wie ich da Muss ich da noch was machen? Hm, ich würde jetzt ungern das alles verlassen, sonst kommen die ganzen Monster wieder. Irgendwie, irgendwo muss ich doch da dran kommen. Da ist nichts mehr. Der arbeitet da, der arbeitet da. Irgendwas übersehe ich doch. Der arbeitet da, der arbeitet da. Nein, das ist noch nicht fertig. Der ist fertig. Oh, nein. So auch nicht, oder? Hä? Ich weiß es nicht. Eventuell irgendwie Strom umleiten. Aber ich muss ja da, da komme ich auch nicht hoch. Ich muss ja da, da komme ich auch nicht hoch. Ich muss ja da, da komme ich auch nicht hoch.